Es gibt einen großen Irrglauben in der Menschheit, das Wahrheit auf Nüchternheit basiert, dass es Fakten und Tatsachen und Behauptungen gäbe. Klingel! Klingel, Klingel! Klingel, Klingel! Klingel, 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 Klingel. Komm nachher in der Kaffee, jetzt um uns und ist an unserem Tisch, wenn du beliebt seid, Nels. Ja, danke. Sie ist das Ende aller Welten. Das stört mich nachdenklich, halte ich von ihr fern. Ich habe gehört, sie kann unser aller Leben grausam beendet. Aber wie denn nur? Sie ist doch nur eine Zwölffesterin. Wenn es die Mehrheit glaubt, dann ist es Wahrheit, dann ist es Fakten, dann ist es Gesetz. Ich bin die neue Wissenschaft, ich verbreite etwas und dann ist es Uni, bin so für immer. So, bin Spirita, okay. der Neue ist einidaner Entfernung Ich bin spannend, mastenaria in die Mannschaft, ich bin sie verbunden yapt. Vielen Dank.